aber der drei proben noch die welche heute noch kriegen du willst die nächste stufe oder irgendwie so etwas haben nämlich an naja ich habe diesen schon mit diesem scannen irgendwie was man dann nicht flüssig als sie macht das sehen wir ja dann sachen irgendwo sind gegner ich habe schon gegner auf der karte sich die auch aber ich sehe sie noch ich in meinen augen das der heilenbombe ja ich habe acht leute ich glaube sie sind tot ich glaube ich habe der laser kann oder das hat er geglitscht ja ja so ist das wir müssen hier flugzeuge kaputt haben eine einzige rakete mal so sonst werde ich immer von denen durch die gegend geschleudert da haben wir nur eine rakete ja verdammt jetzt mich mal dahin geworfen werde gegen die flugzeuge wir sind hier von loch man weiß nicht jetzt gewohnt schottet hier von ein mein gott ich hätte von einer rakete getroffen mit tod nochmal geschützt machen wenn ich jetzt wieder von einwand von einer sache erledigt werden wir haben ein mörser geschützt erledigt cool das ist ja los wir haben ein mörser geschützt erledigt aber so er hat mich kaputt gemacht und dafür werde ich jetzt auch was von euch kaputt machen wir haben da da Leute Leute ich glaube ich habe nein ich habe noch einen plumpen haben wir ja platziert also da gibt es die leute wieso komme ich an denen ich vorbei wir sind ein typen ich kriegte nicht da ich habe warte sind meine wachten war für mich ist norde die habe ich auch nicht gesehen hier ist ein türchen zum aufspringen nein pass auf dann kann man nicht ausspricht diese panik natürlich naja also noch weiter da waren halt übrigens da war ein halb übrigens macht macht ich gewassert ob er jetzt schon kommt doch leiden müssen geschützt sich gerade genauer gesagt zielt er auf dich ich bin hinter den ich bin hinter den ich schnapp mir den jetzt weg ist eine fabrik kann ich die bitte auf ja ich krieg schon wieder die fabrik ja nicht getroffen naja die fabrik getroffen sehr gut ich treffe noch nicht aber wer ist jetzt hier noch wir haben sie mit dem typen aufgespielt ich habe mich sehr beeindruckt ein sehr persönliches emotionale persönlichen ok war ich von uns auf die einfache weise ja genau wie vor mir mit ein schild doch wo wer was was hat er noch ein fabrik wie mein gott das gibt's wenn jemand geschrieben und ein kommentar geschrieben soll mit dem granatwerfer kaputt machen habe ich auch gesagt so müssen wir nur mit dem treffen ist ein bisschen schwierig hat er mir auch versichert ja mit dem treffen hat kommt schon irgendwann wieso ja ganz sicher was love chef abgeschossen leben noch die leute naja da kommt keiner ausgelaufen also mit einem kleinen kopf mit dem lege ich mich nicht an kannst du euch machen sehr gut genau mal vorgegeben okay machst du dann mit der waffe irgendwie das alte animationen davon wenn ich hier zum beispiel darauf die taste drücke wo man den modus von der warfrau suchen kann und hat gedrückt dann macht er davon alleine ja ist der strand der besorger ja die kommt vom strand jetzt kommen die so meine deckung bis es tot ist ich sehe eine explosion ich nehme an was getroffen da sind geschützt habe ich den erläft ja noch na gut ok so läuft gerade ja vielleicht schon fast gleich alles abgeräumt auf der karte die sonne hauptmission machen wir haben noch 20 minuten da ist gezeichnet da gehen wir mal da genau landungsschiffe und spritzen und kanaden so leider das regnet das gleich lava von mir weil ich hier stehe ich dachte wird jetzt gegen ging das ding schießen aber hier ist eine tür zum aufspringen ich will die probe nicht die law hier liegen über spritzen landungsschiffe kaputt dann kann man mal gucken ob er aneinander schaffen mann ok granate aber oder sogar ich bin lasse mich nachleihen weil es in der dritte noch gott ein schiff habe ich gar nicht gemacht okay was du hast oder ich wollte eigentlich nur die fabrik erledigen ich meine ja total ich war okay dann tun wir nur klein zurück erschaffen ja es hat ein halt da hinten muss sein los und blinken das geschützt habe ich aber einmal getroffen aber eben noch ich wollte eigentlich den halk damit ausschalten da ist ein panzer ich glaube kurz ein bisschen weg ja ja ich habe gerade platziert und da wird ging das ding bringt so geschossen am leben ja nicht ich mache irgendeinen schaden dagegen von vorne ich soll vielleicht ich komme nicht voran ich werde von 1 abgeschossen ich glaube zehn panzer ich habe auf den geschossen ich weiß nicht ob der tod ist ich habe von hinten auf den geschossen ich glaube er ist weg ja der ist kaputt da liegt da ja da liegt da ich habe mit hinten eingeschossen oh mein gott gott wir sind ja es war wir haben nach proben gemint aber ich bin schon wieder gleich tot bitte das ist jetzt nicht witzig ich will doch noch meine proben und dann weg da da sind so viele gegner er bitte noch das versteckt so neu mein geschützt ich will doch mal auf dich groß war ja ich sehe es aber leute ich bin hier so weit von dem arsch ich komme hier nicht raus ich bin hier in der grube und die kommen alles für mich runter ich bin tot vorne sind versteckt das läuft hier gerade wieder ganz beschissen ich wollte ja das ist mal hier erledigen sind doch schon fast alle weg wir sind doch gar nicht mehr so viele gegner ich bin ja 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 da kommt schon wieder wer ich aus der richtung wo meine proten sind ich habe auch keine spitz mehr nicht mal dass ich mal gute leute leute da macht ihr erst mal fertig meine sind direkt in der ich suche mal deine proben ob ich wollte schon sehe ich auch schon ja ja da oder so ja schon fällig da läuft er vorbei richtig schnell der hat mich glaubt geschlitzt also meine sachen meine ich habe alles aber müssen wir machen ich glaube ich glaube sagen von ihr verschwinden wenn er so weitergeht heute wie viele raketen habt ihr bei mir geht es nach damit der rakete auf mich gezielt so keine proben ich habe noch eine daufe ich habe mal gemacht vokalische aktivität alter leute wie lange verfolgt er mich dann ja noch liegt euch doch mal ganz da werde ich neu abgeschossen ist doch mal gut mein gar nicht nur noch zwei leute zehn linger reicht mir doch was vor mir unter gedroppt wiener seid ihr noch hinter mir ich bin die ganze zeit nur am rennen die sind immer die sind direkt hinter mir und später lenken ja 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 what okay, das ist irgendwie dargelandet aha oh mein gott noch mal ab leute also fliegende ja noch reich gibt man kann ja nicht mal auf zu sporten kann sein als den getroffen habe immer nach da ich habe nicht meinen rucksack ich habe den stopp ich habe immer in einer lage getroffen ja gut diese feierwerks korscht sound zeit für eine party in der party das wollen wir das leben wir unseren zehn proben wir haben die ganzer aufgehört zu sparen so jetzt kann ich meine radar weiter schwache leistung ich denke in dieser schwache leistung und packt er den hinter wenn wir sagen die wagen dann geht ihr doch darunter der hat schon direkt gerufen habe ich beinahe unter mein ding sehr geschubst sie unter meinem potter wo ist sie denn ich weiß nicht genau so jetzt wenn ich euren mörser mit meinen mörser mal konnte irgendwas habe ich getötet ja ich stecke fest aber warum haben noch so viele wenn ich davon dabei um die abschließung muss es genau der ja wir wissen uns kollege wir merken es muss uns nicht sagen dass wir deine nähe naja der ist jetzt voll abgeprallt super jetzt stehe ich ja vor dem aber naja da warum so viel schaden das ist einfach mal los hey also mal nehmen wir auch mal kann man von überall auf einmal jetzt bitte nicht nach fünf man macht ja mal so viel schaden weil sie sind noch mal so normale gegen auch noch naja ist denn hier los meine güte meine herz noch einmal los ja du weinst ja einmal allerdings geöffnet die tür das war mir vor einem breakdance die tür schon geöffnet haben wir da schon fertig wo die mörser waren glaubt man hat geht mehr von also hat da und meine proben glaube ich na ja ich sehe da meine probleme meine güte ja ich habe nicht ich meine aber abschließen wir haben 50 erfahrungspunkte also nehme ich macht schon so hat für den staat war das ja gerade ja weil ich sagt einfach der planet so schwierig jetzt mal hier bleiben und dann gehen wir zur mission nein 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 pass mich an was er hatte mit leuten negativ irgendwo gehen dass man ja das immer umgehen wenn es geht meine güte gerade welche rufen klappt euch mal hier mit so viel schaden warum ich würde ja nur zur ablenkung einstellen 34 aber mein personen geschützt irgendwo kommt jetzt verstärkungen aber die stecken genau ja ich glaube schon weiter übrigens das spritz und spritzen da sind aufspitzen aber auch über kreuz neust fabrik irgendwas ich habe da sowas von schlag rein die ist weg so einfach kann es auch manchmal laufen da muss den zaun kaputt machen wow doch jetzt da oben vielleicht immer meinen nukularen radar so was hast du in den händen sonat machst du noch mein gott wo wow da kommt der nächste da habe ich mich gekommen hat noch ein luftschiff ich gehe jetzt einfach nur next version schelte das marke typ er ist weg das ding ding aber erledigt was noch hier los nichts mehr weiter okay ich wollte gerade sagen ich wollte gerade mal kehren für dich eine mikro ist ja dafür nicht schlecht wo ist das ding oben ja das wird die sache ein bisschen vereinfachen hier die tasten wir sind blau mörser dahinten platzieren wenn die andere vielleicht schießt er schon da war drei also der flugabschutz glaube ja die fabriken gehen leider nicht dadurch kaputt schade oder ich habe in live reingeworfen aber der hat darauf geschossen aber habe ich gesehen doch mal geschossen haben schießen ich würde sagen ja der schießt ja noch ach da war jetzt eher sachen auf der karte sehen nehme ich an oder aber ich will aber da ist eine ziemliche befestigung da oben schießt ja ich würde an adler einwerfen aber der muss noch ein bisschen geschützt bringt es natürlich voll also ich war da rein ja ja ok ok Böses im Bosch Was hier gar nichts Was im weg Da haben wir noch eine große fabrik Also mal kleiner So Okay Schon wieder medaillen Eine menge von letzter zeit Ja Da ist eine fabrik Schaffst du dich von dir auszulegen Nein, wir haben einen ping gesehen Da hat nichts gebracht Machen wir das so Was wollen wir von hinten Das war Wir benötigen ein Geschenk Hermine Mäh Daher nicht in den min rein schützen Leute Das war voll uncool Mann Ah, dein geschützt schießt doch nicht Nur Seite Leute Nein Nein Aha Den kann die gar nicht durchbrechen Ich versuche die köpfe zu schießen Schade klappt nicht Vorsicht Vorsicht Wenn ich dir von dir aus sehen könnte Sagen Sagen Da habe ich eine großfabrik Da würde ich gerne ein paar sachen rein ballern wenn es geht Ja Ja Oh Gott Ich versuche mal drauf zu schießen Ja Ja Von hinten aber Von vorne Ja Klar Ja Brennen Noch ein schlüssel Ja klar Noch ein schlüssel Das Ding ist tot Er hat nicht getroffen Er hat getroffen Ich würde sagen Er hat nicht getroffen Das ging ein bisschen darunter Ich versuche die ganze Zeit von hinten anzuschleichen die dinger Du kannst ja auch von vorne kaputt machen wenn er so ein geschützt in der Kanone ist Boah 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 mein geschützt eingepackt ich habe die gegner gesehen bin seit bekannt wenn nach vorne noch ein zwei spritzen vielleicht nein ich meine gegner abgeprallt es gibt 70 der laser hatte vorfahrt man brennt und die spur deines lasers er wird gehen hat ein schütz so hey kollegen wie geht es ja dann müssen wir die hauptsache die hauptquests der macht ich meine ich habe keiner gesunden wird wir müssen mal zu den dingen so weiter geht es weiter geht es was ist da schon wieder los wollen wir so viele leute an ein wort ich habe schon wieder keine spritz aber 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 weiter so bist du ich brauche nachschub witzige stück ja wo ist er meine schütze ging heute keine pause vielleicht ich habe gesehen ich nicht ich war da voll dabei müssen entfernung ja da war eine menge gegner dich getroffen hat so sammle dein zeug da hin kommen sie okay sogar mein dings rausholen Mhm. Fuck? Holla, holler, bitte. Achtung, wo ist es? ok bestimmt noch welche dann stellt hier weiter geht weiter einfach weiter einfach weiter ein schildtypen matthi ist alles mögliche aufgetaucht glaubst du gar nicht so was haben wir noch hier war es da schon wieder los wie viele leute sind wegen mir Nein, wegen dem. Die habe ich angeschossen. Ich wollte den die Verrücken da reinschmeißen. Ich gehe noch mal kurz rein, wegen Proben. Ich bin drin. Ah. Und dann sind wir wieder weg. Wir sollten Richtung, wo ist mein Pinder? Wir sind schon mal Richtung Evakuierung. Ja. Meine Mann, oh Gott, auf der Karte sind so viele Sachen am Blinken bei mir. Ja. Ja. Bei mir nicht. Er zeigt bei dir mehr Gegner. Die ganzen Gegner. Ja. 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 Da sehe ich sie schon. Ja. 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 Wir müssen da rein. Ich habe jetzt nur leider kein Laser mehr. Ja. 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 Nein. Nein. Oh nein. Oh nein. Ich hänge fest. Ja. 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 na klar sofort runtergefallen nein meine person warum gibt es noch da gehe ich in das loch genächter sind das noch ich soll vielleicht mal taxi rufen hirn-spitzen gott sei dank ich will ich das schauke aber schelte ich muss doch noch warten ist der brennen ich habe ja auch nichts besseres ich versuche mich hier zu verstecken bestätigt ja der schilder ist jetzt natürlich sehr doof hier muss noch mal eine pro meinsange vor wir gehen also meine sachen ich war in der mitte ich habe so glaube ich ja ich weiß dass meine gegner töten das hat alle waren fragt er nicht mehr mit rat von einer seite kommen jetzt auch viele nein leute ganz ruhig auch der weg weiter aus der weg ja ich mag sie mich noch einmal gespritzt ja okay da habe ich genau gesehen sagen wir alles bei den ukularen radar zu verdanken er ist spektakulär ja okay und auch sechs prozent übrig gehabt habe ich gar nicht gemerkt zeit noch übrig gehabt das bonus kann ich gemerkt auch weil es bekommen man so gut sind wir was wir noch nicht mal mitbekommen wie gut wir sind ja ja alles was gebraucht hat ist das spiel zu nerven ja zurück auf der faust aus gold war es manchmal 60 prozent präzise